Tja, wenn man so ein Fuchs ist wie ich, braucht man kein Pickel. Hey, was hast du da? Hey, das ist meine Großmutter. Olla, du hast aber ein hübsches Stämmchen. Für deine Großmutter, oh, keine Sorge, die wird schon nicht zu kurz kommen. Mhhhhh. Was ist denn passiert mit dir? Du warst noch sonst nie so in Fuchsie. Wenn man so scharf auf den Knast bist, dann mach es doch. Lass mich da raus. Fuchsie. Es tut mir leid. Los, ich pisse euch an. Mach die Molle auf. Huuuuh. Huuuuh. Ouuuuh. Untertitelung des ZDF, 2020